Also ich muss sagen, ich freue mich jetzt richtig auf die kommenden Wochen. Einmal in der Woche Let's Dance, Trash-TV vom Feinsten. Und vor allen Dingen deswegen, weil wirklich echt gute Kandidaten dabei sind. Also von dem Faisal bin ich schon mal begeistert, der hat wirklich geil getanzt. Und auch hier der mit dem sozusagen fehlenden Bein, der Pop-Off. Das fand ich auch sehr beeindruckend, was der da hingekriegt hat damit. Ansonsten sind noch ein paar andere interessanten dabei. Aber das sind eigentlich die zwei, die mich quasi fragtisch geil machen. Die Anfangsshow, muss ich sagen, war eigentlich letztendlich beschissen, weil die Tänzer hauptsächlich langweilig waren oder irgendwas für Scheiße dran. Hässliche Kostüme und so weiter und so fort. Obwohl die Jury sich hauptsächlich sehr begeistert gezeigt hat. Ich konnte die nicht nachvollziehen, habe ich nicht verstanden. Aber naja, mir scheißegal, was die denken. Aber die Show hat einen ganz gut eingestimmt. Aber die tänzerischen Leistungen waren eigentlich überwiegend kacke. Kacke nur halt zum Schluss dieser Cha-Cha-Cha zu Party-Rock-Anthem gemacht wurde, wo ja sozusagen der Pop-Off, der Faisal und der Dräger dabei waren. Ja, Dräger hat natürlich getanzt wie ein Brett. Aber okay, die zwei anderen, die haben das gut gemacht. Und da war auch Party, da war Action, da war was los. Während die anderen Sachen eher einschlafend waren. Ich meine, was war das Quick-Step, was ja die erste Männergruppe hier mit Hartz-IV-Empfänger-Optik-Gil-Oferin getanzt hat. Da dachte ich, hä, das sieht aus wie Walze. Das ist ein Quick-Step sein. Da haben wir fast eingeschlafen. Und was die Weiber getanzt haben, naja, als erstes war sozusagen, ich sag mal, eine Nutten-Nummer in widerlich-hässlichen Fummeln, also, dass sie sich da vorhergegeben haben, so ein Mist anzuziehen. Die ersten drei Namen, das war die Friesinger, die Ofen und die Mai. Und dann war das auch noch so beschissen gesungen. Also, Let's Dance sind immer so nachgesungene Sachen. Meiner Meinung nach war dieses nachgesungene Cover sogar schief. Und es, ja, nicht weiter darüber reden. Das klang immer katastrophal. Und das zweite Ding sah zwar optisch gut aus, aber es war halt langweilig, weil es Walzer war. Naja, aber ich meine, die Sendung hat gut eingestimmt. Auch wenn die Tanzsachen jetzt eigentlich nicht so der Knüller waren, war es auf jeden Fall eine gute Einstimmung. Aber das nächste Mal, also bitte keine Gruppentänzer. Also, ich hätte es besser gefunden, sozusagen, wenn die Tänzer hätten einzeln zeigen müssen, schon sozusagen, was sie irgendwie drauf haben oder so. Vielleicht eine Kombi aus mehreren Tänzen oder so. Also, ich weiß ja nicht, aber so als Gruppentanzer, so wenn denn bloß als Zweiergruppe oder sowas, also als Dreier und dann noch Vierergruppe, das ist einfach zu viel auf einem. Das kannst du alles gar nicht richtig nachverfolgen. Das fand ich eigentlich schlecht gemacht. Aber ansonsten, es hat mich auf jeden Fall gut eingestimmt, die Sendung, obwohl ich einiges an der Sendung scheiße fand. Ansonsten bleibt noch zu sagen, leider, leider, leider fällt da Lombardi aus und vielleicht gibt es einen Promi-Tänzer-Ersatz. Man hat sich da nicht klar genug ausgedrückt. Das ist ein bisschen schade. Das schwächt wirklich sozusagen die Stimmung ein bisschen, weil ich mich wirklich darauf gefreut, dass der mittanzt. Er hat wohl Fußballverletzungen und es dauert Wochen, bis er heilt ist. Das ist ein bisschen das Traurige. Aber ansonsten bin ich gut eingestimmt auf die Sendung.